recht herzlich willkommen zur 28 folge von ground age medieval ja wir haben letztes mal hier den händler hingebracht und er sollte uns dort die keramik holen da schon 13 jetzt produziert das ist schon wunderbar und wir hatten ja 139 kohle dahin gebracht glaube die frage ob wir da noch mehr einbringen wie war denn ja da bin ich falsch dann muss ich hier hin und dahin also eine halbe kohle produziert ein keramik wie ich das richtig verstehe das würde bedeuten 139 x 2 480 280 ungefähr oder 278 ganz genau das würde reichen nur gucken ob der händler hier nichts super ich konnte es nicht einladen aber der der konz einladen das ist doch nicht zu glauben oder das ist noch nicht fertig keramik und werkzeuge brauchen so und was haben sie hier werkzeuge haben sie aber keine keramik hat der händler mir das jetzt geklaut und die hatte da auch gleich abgeliefert ja wie soll ich das dann mitnehmen stopp muss den händler anklicken dann klappt das vielleicht auch ja so sieht es aus und ich muss immer schön in den wagen laden damit mir kein anderes klaut so wird es wohl sein toll mir hat nichts mitgekriegt das ist schon mal gut so und wieder fünf kauf mal dazu 21 ja die keramik muss hierhin exquisiten laufen da mal hin denke ich oder wir laufen erst hierhin und gucken erstmal nochmal danach tuch was brauchen wir denn um das herzustellen dafür also dass noch im bau aber die brauchen dann auch fälle dafür super die gibt es hier auch nicht und die gibt es hier nein leider auch nicht gibt es die hier auch nicht da müssen wir noch weiter reisen hier gibt es die bestimmt oder nö da gibt es wenn da gibt es auch eine überproduktion wo sind die fälle hier abgebildet da 138 ja jetzt sind wir da in der stadt warte mal das ist keramik und die machen wir das damit und die brauchen die kamera keramik das bedeutet wir können sie hier verkaufen wenn wir dann lange genug da sind oder wie sehe ich das ach so das sind wir noch gar nicht der ist es naja gut jetzt passt es dann so keramik abliefern fälle sind da 23 ok das würde ja bedeuten die können jetzt hier produzieren oder das war wieder was anderes stopp das sind ja fälle hier dann dann können wir die ja mitnehmen so produzieren die denn jetzt hier konkurrenz oder das war der konkurrenz gibt es noch nicht aber punkt war ja ich glaube dann erst mal deinen liefern da die fälle ab und ich konnte kein händler und fetscht uns das weg drei punkte sind jetzt da so handel die fälle rausschmeißen die kümmer zukaufen und der rest ist egal nee schnell dahin schnell da kommen schon die anderen händler da ist alles weg sechs punk immer gleich los wetten den habe ich gekauft den verkaufen und das war es erst aber stopp nochmal nee fälle sind nicht da laufen wir wieder dahin und wir geben hier fälle hin wir können den punkt verkaufen wollen wir nicht die brauchen fälle um kleider zu machen kleider sind aber nicht da was brauchen die denn für kleider ach so das ist noch im bau alles klar das heißt wir laufen dahin nirgendwo war wie im angriff so handel karameknehmer mit was brauchen wir schon unterwegs über den weg dahin so die bohren das nicht tuch haben wir kleider werden noch nicht fertig dann dahin die keramik muss dahin so karmik ausladen fälle einladen punk einladen also punk kriegen wir immer mehr mit freude und hier der ist gleich fertig dann gibt es die ersten klamotten da so die kriegen das und klamotten sind noch nicht fertig das brauchen wir alles nicht und das ist jetzt die erste produktion in der schneiderei da sind die ersten klamotten fertig und dann gehen wir dahin und gucken nach keramik nochmal keramik läuft ja das ist da erstmal alles wie viel kohle kohle gibt es hier nicht mehr das heißt wir müssen jetzt los kohle wieder besorgen mit freude gucken was da gibt können wir da kleider mitnehmen zwei haben wir da schon klar haben wir gibt es nicht fälle brauchen die hier gut dann dahin so handel nee das war verkehrt jetzt müssen wir hier loswerden und den prunk müssen wir kaufen wunderbar jetzt hier unterwegs weil hier war ja die kohle 65 ok ist nicht viel aber ist was hier bringt fälle da hin ok handel packen die ganze kohle ein und die fälle nehmen wir auch mit das brauchen wir nicht gehen wir da noch hin so die gibt es nicht die auch nicht aber die gibt es dann was gut mit wieder zurück kommen wir ein fertig weiter geht's da hin ich hoffe die anderen händler bringen uns das nicht alle weg dann sind wir nämlich ein problem wenn die das alle jetzt wegklauen hat es nicht mitgenommen das ist ja schon mal was so unser kommt da jetzt hin dass der falsche händler ich muss den erst klicken dann die stadt anklicken dann den handel das nehmen wir mit das können wir hier abgeben oder ja das brauchen wir hier ne das ist wieder falsch gewesen so rum der wagen ist hier wir kaufen das wir kaufen das und dann dahin hier müssen wir die bärenfälle lassen und die kleider kaufen so bärenfälle hat geklappt kleider kaufen kohle ist nicht müssen wir jetzt weg bringen noch die kohle dahin mit vergnügen so läuft ne aber nicht genug das sind nur 10 und 29 das dauert noch eine weile bis wir das hingekriegt haben so die wollen die kohle haben damit sie keramik machen können da oben die brauchen die bärenfälle dann können wir die auch mitnehmen gut ich frage wie wir brauchen die da ne läuft schon drei ach so wir hatten ja gesagt dass es so viel ist okay oder muss ein anderer die schon weggenommen machen die brauchen vielleicht auch für andere waren diese sachen deswegen kann man nicht einfach die 139 die wir da beim ersten mal 2 nehmen weil das wird ja für was anderes vielleicht auch gebraucht ok ist halt so exquisit müssen wir aber weiter dahin mal gucken dass wir die kleidung ansammeln auf jeden fall und auch den dingen ganz klar ist es den prunk und die kriegen die fälle gut 205 fälle da können ja genug klagen für machen würde ich sagen aber wir könnten hier nochmal reingehen und hier noch ein bauern das sind schneller geht na wie sieht das hier mit punk aus aber zwei da können wir auch noch einbauen warte man kann ja auch gleichzeitig mehrere bauen machen wir das doch auch so dahin jetzt kommt der und klaut mir das ne hier und nehmen wir mit und die brauchten die keramik dafür läuft wir haben jetzt nur noch die zwei sachen genau passt die frage oh wir werden angegriffen luchse aber die sind gleich vorbei gut okay aber ich würde mal sagen für die folge soll es dann auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid und bis dann bei aber wenn der Untertitelung des ZDF, 2020